so freunde ich habe mir gedacht ich mache mir mal ein video wo ich solche kisten kaufe jeder hat sich bestimmt schon mal gefragt kriege ich nur scheiß oder kriegen die anderen auch ein scheiß gucken wir mal zack 2 3 und noch eine 4 gucken wir mal drei von denen und eine von denen okay dann machen wir es mal eine von denen auf und öffnen schuhe er braucht schuhe 2 und öffnen eine hose läuft also freunde gleiche scheiße wie bei euch und ein rotes t shirt aha was haben wir hier und eine blaue hose schön schön war wieder mal für den arsch dann gucken wir mal an was 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 ein rotes t shirt das sieht aus wie ein sack wenn ich ehrlich bin blaue hose schuhe die waren das ne ja nichts vernünftiges ne nichts vernünftiges in diesem sinne macht's gut nur das eine alles das alles ken die osoby ich 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 Vielen Dank.